Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword HD und ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie es weitergeht und zwar müssen wir hier nach oben rennen, dann kommen wir nämlich zur, oh knapp, aua, ich merke auch gerade, hier hinten ist eine Wand, die berühmlich aussieht, gegen die wir mal eine Bombe werfen können, vielleicht, wie sind wir die hier? Das war nicht mein Plan, ich wollte woanders lagen, aber, Herzteil, nimm mich mit, so, okay, ich habe es jetzt gefunden, und zwar hier, oh Gott, lass mich in Ruhe, ihr Böden, Bienen, aua, hey, hey, ich mache so viel Damage, hatt auf, hey, Okay, ist ein Mustag, äh, ja, auf jeden Fall, hier beim ersten Dungeon, wie man auch hier sehen kann, da müssen wir lang, ich weiß, wie ich es schon gesagt habe, aber ja, äh, ich sollte mal öfter die Aurasuche benutzen, weil die ist ernsthaft hilfreich, ja, vor allem, wenn man nicht weiß, wo man langen muss und nicht nachschauen möchte, ja, okay, gibst du vielleicht, vielleicht habe ich ein bisschen nervt geschaut, aber, Ich sollte versuchen, das nicht mehr so oft zu machen, weil die Spielmechaniken benutzen, ja, ich weiß, kaum zu glauben, dass das überhaupt existiert, aber, ja, Hier drinnen finden wir Holy Water, deshalb, zurück in den ersten Dungeon und schauen, wo es das zu finden gibt, na voll? Aus dem Inneren des Tempels spüre ich die Aura heiligen Wassers, aber du kannst die Aura Surilie nicht einsetzen, aufgrund der Stärke der Aura vermute ich, dass sich das Wasser sehr tief im Tempel befindet, Da hinten, okay, danke, okay, da, nach ganz hinten müssen wir hin, da waren wir, waren wir da schon mal? Kann sein, ich weiß nicht, ich spüre noch mehr bösartige Wesen an diesem Ort als bei deinem ersten Besuch, sei äußerst vorsichtig, Ja, wir wissen ja, alle roten Bokblins, Bokblins, haben sich alle verwandelt in so blaue Viecher, das heißt, sie sind jetzt stärker und krasser, Also nicht alle, aber viel auf jeden Fall, äh, oh, hier können wir graben, Oh stimmt, hier gibt es ja immer so Graborte, ha, ha, oh hey, was geht, Alter? Moment, dich habe ich da schon mal am Vulkan getroffen, suchst du ja auch nachschätzen? Äh, nö. Du brauchst gar nicht so zu tun, ich kann an deinem Gesicht sehen, dass du auf Schätze aus bist. Bist du auch weh in der Geschichte dieses Fans-Typs hier? Welche Geschichte? Meinst du von Gronen? Man sei an Stellen im Tempel, an denen Schmetterlinge flattern, schöne Klänge spielen. Ach stimmt, da war auch noch was. Aber das ist Unsinn, egal wie auf dein Liedchen so, mir ist passiert nichts. Aber wenn ich schon mal hier bin, suche ich noch ein bisschen nach Schätzen. Ja, das können wir hier aber machen. Musik spielen, wie machen wir das nochmal? Wie mache ich das? Ich habe leider den Button vergessen. Womit das ging. Ich weiß halt for real nicht mehr, was der Button war dafür. Wie spiele ich denn das? Steht das in den Optionen vielleicht unten? Option, Steuerung, Bewegungsart. Ja, ja. Hilfe. Mehr Steuerung. Ah, schaut mal hier. Da muss es doch irgendwo stehen. Lyra mit X. Ah, mit X. Hä? Oh. Hier geht es weiter. Okay. Hey, willst du mich hintergehen? Ha. Da ist ein komisches Muss auf der Wand und weiter. Der Fels ist über Unsinn geredet. Eindeutig. Ich gehe nochmal vor. Na gut. Dann mach du das mal. Ich glaube, ich sollte mal dagegen schlagen. Oh, wir malen wieder was. Ja, ich mag malen. Oh nein. Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass ich das nachzeichnen muss. Was? Was? What? Na gut, dann geht ich jetzt einfach weiter runter. Falls nichts mehr Neues interessantes hier passiert, werde ich einfach skippen. Wenn wir irgendwas interessantes machen. Oh mein Gott. Die haben einen Bogen. Die sind grün, haben einen Bogen. Schnell weg hier. Aua. Was? Was zum? Wo ist der Schlüssel dazu? Wieso habe ich... Wieso habe ich keinen Schlüssel dafür? Wieso habe ich keinen Schlüssel dafür? Wie komme ich denn da jetzt durch? What? Gibt es hier irgendwann einen Schlüssel, den ich nicht geholt habe oder so? Also... Muss ich tauchen? Warte. Ich kann jetzt tauchen. Vielleicht muss ich hier unter... Hier unten irgendwas finden. Waaah! Was war das denn? Voll die krasse Kombo. Ne, ich finde hier wirklich nichts. Okay, das wird schmerzhaft sein zu schneiden, das Video, aber... Ich finde wirklich nichts. Keine Ahnung, man. Ich dachte, ich hätte... ...nen Durchgang dafür. Oder muss ich mit dem Staubsauger einen von euch hier rüber schieben? Um... Ne, das macht gar nichts. Muss ich woanders tauchen gehen? Oh. Bisschen noch Kunden anscheinend. Verfuhrt der ganze Ärger, diesen Monster an den Schlüssel abzuknöpfen. Umsonst. Ich habe ihn in einem Loch versteckt, aber ich weiß nicht mehr wo. Egal, das ist, unter dem ich her bin, ist mehr wert als irgend so ein Schlüssel. Hm. Schön. Wow. Ich habe vergessen, wie immer gegen die Kämpfe umdrehen, glaube ich. Oder? Wie dreht ihr denn nochmal um? Ich habe es vergessen. Fall? Ne. Oder doch? Ja, ja, ich weiß, wie es gut ist. Ach, stimmt, man kann einen Gegner anvisieren. Das habe ich voll vergessen, dass man das kann. Oh mein Gott, ich habe das voll vergessen. What? Ah, so geht das hier weiter. Na gut, wenn ich auch treffen würde, natürlich. Dann schon. Und sonst nicht. Ah, nein. Was? Okay. Buggy. 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 Also in diesem Part des Spiels mag ich irgendwie überhaupt nicht, muss ich zugeben. Also. Not really. Ey, da komme ich doch locker durch. Ja. Geskippt. Hier vielleicht? Herz. Herz. Okay, nee, aber die Herzen nehme ich trotzdem mit. Hier vielleicht? Ein Rubin. Nee, auch nicht. Hm, okay. Also hier ist es nicht. Hm, dann vielleicht auf der anderen Seite da drüben. Ich muss ja nach Graborten suchen, wo ich graben kann. So wie da. Was ist denn los? Come on. Egal. Hey. Reicht jetzt? Ne, hier sind nur Rubine. Hier ist es auch nicht. Oh Gott. Nicht der Gegner. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern. Das fühlt sich gar nicht mal so lange her an, würde ich zugeben. Aber da kann man graben. Deshalb muss ich da nachschauen. Ihr könnt es nachfinden. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Aber es sieht da aus, als wäre das nicht das, woran ich suche. Ne, 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 ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Hier ist auch nichts. Hm. Aber ich sollte mir auf jeden Fall merken, wenn ich Schmetterlinge sehe, da mal X zu drücken. Sollte ich mir merken. Und mal Gegner zu analysieren, ne. Ne, vor allem mag es auch gerne. Skullvandula. Diese Kreatur klebt dann am Efeu oder Wänden um vor und spürt, wenn sich jemand nähert. Sie ernährt sich, indem sie die Körper anderer Lebewesen aussaugt, wodurch sie wächst und eine Kraft zunimmt. Oh mein Gott, das ist gruselig. Ich will das doch nicht mehr machen. Ja, ich versuche mal dran zu denken, okay. Ich habe einiges vergessen anscheinend. Okay. Ähm. Wo kann ich denn noch graben? Hier kann ich graben. Dekonisse. Ha. Ich nehme das Ding mal mit. Hä, das bleibt ja wohl. Okay. Kann ich hier noch irgendwo graben? In diesem Raum wohl nicht. Hast du vielleicht eine Karte? Okay. Okay. Zumindest weiß ich, dass es in dem Raum nicht ist. Ja, ich habe eine Karte, aber die Karte sagt mir nicht. Und was hilfreich ist, sagt mir nicht doch, oder? Nee. Schätze, da gucke ich auch mal nach. Also ich glaube nicht, dass es irgendwo vorher ist. Aus mehreren Gründen. Zum einen hätte ich ja noch andere Orte da zum Graben gesehen. Ähm. Wie ging das nochmal? Komme ich da nochmal rein? Ah, hier unten. Oh, bitte lass mich durch. Genau, so. Unter Wasser krabbeln. Ja. Nur linkernd so was. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee. Nee, ich kann nicht hoch. Nee, hier ist es nicht. Wohl, warte. Doch, hier ist es. LOL. Du musst einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst ihn aber dein einziges Mal verwenden. Okay, das war wirklich der letzte Ort, wo ich hätte suchen können. Egal, jetzt habe ich es zumindest gefunden. Und jetzt geht es weiter. So eine unnötige Blockade. Warum? Warum so eine Blockade? Hä? Ich verstehe es nicht. Aber okay. Dann ist es wohl so. Dann ist es wohl so. Dann benutzen wir jetzt den Schlüssel. Und so. Nee, bitte lass mich nicht kämpfen. Keine Lust gegen euch Viecher. Ich muss doch nur hier lang, um da hochzukommen. Das habe ich mit den Viren einfach. Renne schnell zu meinem Ort hin. Sacke den noch ein, weil ich es kann. Darf ich mich an? Ich hätte es wissen müssen. Wer kann ich graben? Er hat sie? Ja, er hat sie. Okay, kann ich gebrauchen. Mann! Alter! Alter! Das gibt es jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das rausschneide oder nicht, aber der Kampf ging mindestens eine Minute gerade. What the hell? Ihr stört mal bitte. Also ja, alle drei. Ey, ich muss wirklich demnächst mal Knopf ausprobieren. Knopf reinfolge, weil, wie auch immer, das heißt. Keine Ahnung. Ciao. Das ist ja echt unfassbar hier. Verschwindet, dies, alle, out, alle, ab. Oder macht zumindest nichts. Ey. Alter, wie werde ich hier los? Wie habe ich das denn damals gemacht oder waren die damals nicht da? Wisst ihr was? Loll. Hast du gegessen? Er hat die Bombe gegessen, Leute. Habe ich noch nie gesehen. Komm, das Herz. Ah, das Herz habe ich nicht. Okay. Leider war die Bombe gegessen. Ich wollte eigentlich nur im richtigen Timing werfen, damit ich alle um drum herum treffe. Aber so ist es noch viel besser. Oh, ich wusste nicht, ob ich kämpfen. Oh, Mann. Kein Bock. Und noch ein Herz. Ja, noch ein Herz. Schön. Ah, verdammt. Ah, man kann aber auch nicht cheaten, ne? Hau einfach ab! Okay, doch, man kann ein bisschen cheaten. Ah. Warte, Robin. Schön. Okay, also ich komme ein bisschen besser mit den Gegnern als damals auf jeden Fall, aber... Das sind doch noch nicht meine Lieblingsgegner. Lange nicht. Okay. Sind wir dann jetzt endlich da? Ist das der vierte Dungeon? Einfach der erste, reused? Nur halt mit ein paar neuen, krasseren Kämpfen oder sowas. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist nicht schwer, wenn du das. Vielleicht gibt es doch noch keinen vierten Dungeon. Vielleicht haben wir alle Dungeons schon durch. Vielleicht erweitern sich die Dungeons noch. Sodass halt in diesem Dungeon der nächste Dungeon drin ist. Oh Gott. Oh Gott. Hör fies auf damit. Warte bitte auf damit. Schaffe ich das rechtzeitig? Nein. 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 Ich bin tot. Wie mache ich das denn? Die bleiben ja die ganze Zeit da. Hä? Bombe. Nee, die geht nicht weit genug. Ah, Alter. Ey, die killen mich. Die killen mich. Oh, ich sehe es, ich sehe es. Boah, ich muss mich ja ganz weit verstecken. Okay, passieren können sie nicht. Bisschen können sie nicht. Okay. Okay. Bidu, 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 du. Holst du die Bombe? Alter. Fai? Die bieten an den Herzen, sie haben sich dramatisch verringert. Die hat die dringend Heilmaßnahmen zu ergreifen. Die können nämlich von da aus. Okay, Moment. Vielleicht dürfen sie mich nicht am Anfang gesehen haben. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht kriege ich auch hier ein bisschen Herzen. Ja, schön. Okay, von hier sehen sie mich nicht. Aber von hier sehe ich die Bombe nicht. Warte, lass mich mal hier an der Tür stehen. Die können sie mich nicht erreichen. Und hier kann ich aber mal den Beatle losschicken. Okay, Beatle. Oder haben sie mich jetzt gesehen? Ey! Oh, na. Alter! Wie soll man da vorbeikommen? Unmöglich! Das ist literally unmöglich. Vor allem, die schießen meinen Beatle ab. Ich muss einfach rausweichen mit dem. Das sind die krassesten Gegner ever bisher. Krass, als jeder Boss. Geht das vielleicht nicht, aber das sind auf jeden Fall die krassesten normalen Gegner. Okay, okay, ich habe sie. Ich habe sie. Ich habe sie. Sind beide weg. Sind beide weg. Boah. Also von denen habe ich Respekt. Die haben richtig gute Taktik gemacht. Also das war wirklich... Das war wirklich hart. Damn. Was ist ein Herz? Was ist ein Herz? Und eine Grabstelle vielleicht mit auch... Das darf nicht wahr sein. Eine Tafel habe ich jetzt den langen Wege auf mich genommen. Hier muss schon einer alles leer geräumt haben. Es ist nichts mehr da. Nur noch Wasser. Und wer braucht das denn? Ja, echt so. Ich gehe heim. Man sieht sich. Hast du ein paar Herzen? Ja, ich gebe dir ein paar Herzen. Oh, danke. Danke. Küchchen. Danke, danke. Hier ist auch ein Herz. Gib her. Nein, ich will doch nicht hoch. Wir sollen jetzt rein, ne? Ja, wir sollen jetzt rein in den Bossraum. Das war, glaube ich, der Bossraum, ne? Immer noch das Herz sehr schnell. Dann speichern wir noch schnell ab. Oh, Gott. Oh, damn. Okay. Lass mich rein. Ja, so stich auch immer in den Tür, wenn ich sie auch mache. Nehme ich? Okay. Hier gibt es anscheinend irgendwas. Was haben wir hier einfach am Ende des Dungeons? Wo wir so zack gemacht haben. Wasser klauen. Oh mein Gott. Ein Stallforst, oder? Wie heißen die so? Dies ist ein Stallforst. Die haben wir noch nicht gesehen, oder? Dieser Skeletz-Soldat war einst ein Ritter. Doch in seiner untoten Form ist er stärker als je zuvor. Ich nutze eine Schildattacke, um Stallforst-Angriffe zu gründen, um seine Arme zu zerstören. Okay. Kann das sein, dass Fe... Immer Tipps gegeben hat, wie man geht, aber sie kann das sein. Und ich habe es nie gecheckt. Falls ja, möchte ich mich entschuldigen. Ich habe ihn schon mal besiegt anscheinend. Ich kann mich aber nicht erinnern. Nein! Wie soll ich ihn jetzt aus... Hä? Ich bin tot für immer. Ich habe verkackt. Ich muss nochmal... Was mache ich jetzt? Ich habe verkackt. Was mache ich jetzt? Ach, ich kann auch so angreifen. Ja, ich kann sie auch so angreifen. Aber ihr seht ja schon, wie gut das funktioniert, ne? Also... Ja... Ja, gut, ne? Ja, ich bin freaking dead. Was für Bomben? Moment, Bomben? Das ist gar keine so schlechte Idee. Okay, ein Hammer, ein Hammer, ein Hammer. Das war gut. Das ist eine gute Idee. Okay, wenn man keinen Schild hat, Leute. Denkt dran. Benutzt eure Bombis. Wenn ihr keine Bomben sind habt. Das ist ein krasser Zwischenboss hier. Oder Allgemeinboss. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Ja, 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 ja. Yes! Also, das Spiel wird echt viel, viel schwieriger jetzt. Viel, viel schwieriger. Auf jeden Fall. Damn. Wir haben wirklich alles abverlangt. Mein Schild ist broke. Schon wieder. Kann ich einen besseren Schild haben? Der nicht so schnell kaputt geht. Whatever. Genau, hier an diesem Raum. Hier können wir noch Wasser nehmen, oder nicht? Ich spüre heiliges Wasser in der Nähe. Es gibt keine Störung durch Auren von Kreaturen. Daher ist die Aurasuche verfügbar. Okay, also eine einzige Stelle hier hat Wasser, oder? Maybe. Ich glaube schon. Nur so ein einziger Ort, die hier Wasser hat. Warte. Ja, dort. Da leuchtet es auch. Das sind Feen! Oh, nee. Warte, 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 warte. Wisst ihr was, Leute? Ich möchte eine Fee. Ich möchte eine Fee. Yes! Wir sind in den Fee gefangen! Sechs Herzen. Ja, weniger als der Trank, aber es belebt mich wieder. Also muss ich mir da drüber keine Sorgen machen. Kann ich die theoretisch so fangen, die Feen? Kann ich die nicht auch so fangen? Komm mal her! Ja! Nee, aber jetzt muss ich wieder rauslassen. Sorry, Bro. Und... Du hast heiliges Wasser erhalten. Dieses reine Wasser hat die Kraft, den Wasser dran zu heilen. Diese Kraft ist in keinem normalen Wasser zu finden. Schön. Mit deiner Wahrscheinlichkeit von 95% ist dies dasselbe Wasser, wie ihr im Wasserbehälter das Wasserdrachen. Gehen wir zurück zu ihm. Ihm? Hier? I don't know. Oh, danke. Danke, dass du mich portest. Oh, danke. Ah, nur hier raus? Naja, besser als nichts. Sprechern wir das schnell ab. Ho, 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 ho. Ich bin da rein auch dran. Alter, das ging echt ab. Das ging echt ab. Also... War das jetzt nur ein Vorgeschmack? Auf die Schwierigkeit des nächsten Gebiets, nächsten Dungeons, was auch immer? Oh, come on. Wir sehen uns, wenn wir wieder da sind. Oder wenn wir wieder zurückgekommen sind, besser gesagt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Näh, näh. So. Hier sollte es zurückgehen zum riesigen Wasserfall, wo wir dann auch wieder rein können. In... 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 Ja... In den See auf jeden Fall. Oh, schaut mal hier. Hier sind ganz viele Schmetterlinge. Hier schwimmen wir mal eine schöne Musik. Und... Unser kleiner Freund... Freund der Oingo, Oingo, taucht auf. Oingo, Oingo. Und gibt uns irgendein Item. Okay. Aber okay. Na gut. So, mein guter Freund, meine gute Freundin, meine gute Seedrachendrache, dann hab ich ja etwas für dich. Okay. Hallöchen. Dies ist der Wasserterer Phelron, herrscher des Landes Phelron und gebietet aber das Wasser. Doch er wurde seiner Kraft beraubt. Ja, okay. Einmal ein bisschen scannen, ne? Hm. Oh, das ist ohne jeden Zweifel heiliges Wasser. Schnell, schütte es in meinen Behälter! Ja. Das war's? Das ist genug? Verwarten sie sich jetzt in so einen Menschen. In so einen großen Phel. Nee. Oder? Was passiert jetzt? Das ist schon ein besseres Design. Ein bisschen besser. Oh, meine Kraft ist zurück. Sieh hin. Dies ist meine wahre Gestalt. Vor dir steht der Wasserdrache Phelron im Namen der Göttin Hüterin dieses Landes. Du hast mir das heilige Wasser gebracht, Menschenskind. Mir scheint, es war nicht nur Zufall, dass du dir die Wasserdrachenschuppe verdient und die Prüfung der Göttin bestanden hast. Wie versprochen werde ich dir den Weg zur heiligen Flamme zeigen. Folge mir. Aha. Jetzt können wir da durch. Okay. Komm mal auf. Sieben. Und jetzt? Oh. Sie stoppt einfach mit ihrer Hand das Wasser, das hinterfließt. Okay. Danke. Danke. Für immer. Okay. Cool. Danke. Ich meine, okay, sie ist wahrscheinlich eine Wasserbändikerin, ne? Oder Wasserbändikerin? I don't know. Hier findest du die heilige Flamme. Obwohl der Wasserfall diesen Eingang für viele Jahre versperrte, konnten sich dort trotzdem Kreaturen des Bösen einnisten. Jedoch sollte das Verein von der Göttin auserwählten kein Hindernis sein. Ich bin sicher, dass wir beide uns wiedersehen werden. Aber sehr bitte sind wir noch vorsichtig. Bis bald. Okay. Na gut. Das war Faraun und... Ja. Können wir nun einen kleinen Sneak Peek bekommen, wie es denn so drin aussieht. Weil die Folge geht auch nicht mehr so lange. Aber wir wollen ja nicht zu kurz halten, die Folge. Deshalb... Wie gesagt, kleiner Sneak Peek. Was hier so abgeht? Ist es der Dungeon? Ich würde es wissen. Ist es der vierte Dungeon oder nicht? Wir warten alle ganz gespannt auf die Antwort. Die Antwort lautet ja. Es ist der vierte Dungeon. Wow. Höhlenheiligtum heißt dieser wunderbare Ort. Okay. Ah ja. Sehr interessanter Ort, muss ich zugeben. Sieht sehr interessant aus. Nur dieser eine große Raum? Nee. Hier geht es... Also man kann einmal in diese Statue hinein. Und man kann hier rechts irgendwo lang. Okay, okay. Alles klar. Alles klar. Natürlich war eigentlich ganz klar, dass sie überall Wasser sein wird in diesem Dungeon. Wir haben ja letztens erst das Item bekommen zum Schwimmen. Also... Macht total Sinn. Was ist das für ein Rubin? Was ist das für ein Hunderter? Das war ein Troll. Warte mal. Komm ich da nicht dran? Doch. Tatsache. Tatsache, ein Hunderter Rubin. Oh. Terry wird sich freuen. Wenn ich ihm das ganze Money gebe. Ja, ja. Der wird sich freuen. Okay, wo muss ich denn langen? Also hier... Hä? Hier ist ein X markiert. Die sagen mir einfach, wo ich langen muss. Aber da komme ich noch gar nicht lange, ne? Ich bin ja wirklich lang. Wie das sind... Der ist ein Text. Äh. Die Slimes. Hier kann ich wahrscheinlich rein, oder? Ja. Geh wir doch erstmal hier rein. Was gibt's denn hier so schönes? Ich möchte tatsächlich noch in dieser Folge ein bisschen den Dungeon anschauen. Um so einen kleinen Überblick zu bekommen, was uns hier alles erwarten wird. Wasserfonteen. Warte, ist hier vielleicht der Boss? Ha. Interesting. Na gut, auf jeden Fall wollen wir in der nächsten Folge uns das Ganze anschauen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und lasst mich wissen, wie ihr Theron findet. Ähm. Ich finde sie okay vom Aussehen her. Ist nicht so schön, aber... Na ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Vielen Dank.